war ja nicht abgesenkt jetzt aber so aus aber erst mal hier vor die länder da machen wir ja auch gleichzeitig jetzt schon saatbettvorbereitung warum sammelten der die steine nicht der holt ja noch steine hoch ja der holt ja richtige humpen hoch doch doch die werden alle aufgenommen ob kleine mittel oder große der nimmt alle eigentlich alle auf aber diesmal hier der macht der nimmt die steine auf die liegen und macht noch steine hinzu denke mal ich werde hier derzeit mit steine verbringen wird mein vermögen mache steine ok die steine auf ich habe jetzt schon 300 320 330 liter 350 liter aber der macht große steine holt er raus wir können da gleich noch mal an vor ja der holt richtig große rumpen raus stück aber jetzt die ebene weil wir jetzt die flügte ebenen ja der nimmt steine auf und gibt steine wieder ab ja ganz komisch vielleicht hätten wir erst eine saatbett machen müssen vielleicht ist das ein multiplayer fehler ja der nimmt die steine nicht mehr auf jetzt mal kurz Lesesteine ausstellen. Mal gucken, was das jetzt macht. Ja, da kommen Steine zum Vorschein. Und der war richtig gebrocken, Juhu. Aber ich weiß nicht, bringt das überhaupt was? Wenn ich jetzt noch größere Steine raushole, wie sie überhaupt schon liegen. Ach so, zum Heilen, ey. Ich würde am liebsten ausmachen, der jetzt den Dreck. Mann, Mann, Mann. Überprüfen die überhaupt ihre Maps hier, oder was? Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ja, aber das ist schwer für Scheiße. Sie ist hier. Ja, komm, weg mit dir, du furchtbar. So, wir brauchen, ähm, Ziehtechnik haben wir da. 48.000 Junge, 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 kriegst du wie ein Föhn, Junge. Kannst du dir die ausdecken, so was? Ich mache das, was, nicht zu kurz. Das ist so toll. Ich habe nicht zu kurz.